Hallo und willkommen bei der Building Smart Professional Zertifizierung Einstiegsniveau. Dieser Kurs ist Ihr erster Schritt zum Verständnis von BIM und offenen Standards im Kontext der Baubranche. Es bietet kostenlose Online-Schulungen zum Selbststudium sowie eine abschließende Prüfung. Der Kurs besteht aus drei Modulen mit jeweils fünf bis sechs Lernziele. Verwenden Sie die Menüleiste, um in Ihrem eigenen Tempo durch die Module zu navigieren. Der Inhalt umfasst Texte, Bilder und Videos mit zusätzlichen Lernressourcen in jedem Abschnitt für tieferes Lernen. Die zusätzlichen Inhalte sind optional, aber von Vorteil für diejenigen, die Ihr Wissen auf diesem Gebiet erweitern möchten. Jeder Abschnitt endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, um sicherzustellen, dass Sie das Wesentliche verstanden haben. Das Erlernen des Kurses kann in etwa einer halben Stunde abgeschlossen werden. Sobald Sie Ihre Schulung abgeschlossen haben, werden Sie zur Prüfung weitergeleitet. Sie müssen sich bei der Building Smart Qualifizierungsplattform registrieren und anmelden. Die Prüfung besteht aus zehn Fragen, die innerhalb von zehn Minuten beantwortet werden müssen. Wenn Sie die Prüfung bestehen, erhalten Sie ein Entry-Abzeichen. Wenn Sie scheitern, können Sie es am nächsten Tag mit maximal drei Versuchen erneut versuchen. Mit diesem Kurs erhalten Sie eine grundlegende Einführung in die Baubranche, Digitalisierung und Open Beam. Also lasst uns beginnen.